Weitere Bombe! Da sind sie doch, sagen wir mal! Alter, muss das so lange dauern, sagen wir mal her! 5900 Themen auf der Balance der aktuell. Und jetzt beginnen wir mal mit den Freispielen, und zwar nehmen wir die sechs Freispiele mit dem X5 AWD drin. Man wollte es ja wissen, entweder soll er platzen oder gar nichts. Barfuß oder Lackschuh, ab geht's! Der erste Walz da, der zweite drückende... Och, Gott, 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 Gott! 500 Tage hier! Alter, die Walz bleiben nämlich drin, hm? Vier spinnt's immer noch! Ach Gott, ach Gott, ach Gott, ach Gott! Was? Der Mann hat ja sogar noch 620.000 Mal geknackt. Das gibt's doch gar nicht. Wahnsinn. Trüffelschwein aus hinten der Zugeschlager. Wahnsinn. Was ist da jetzt noch einmal? Pass auf. Was? Was? 200 Tage noch einmal? Alter. Gönn. Uh, der Anker noch einmal. Und 40 Tage oben drauf. Wahnsinn. Wahnsinn. Unglaublich. Das war was. Ach Gott, ach Gott, ach Gott. Servus Flo. Grüß dich. Christian, mein Lieber. Ach Gott, ach Gott. Du seid ja genau richtig. Alejandro. Super. Schaut, dass ihr da seid. Geil. Geben wir uns gemeinsam den Win hier. Was gibt denn das da? 5er As noch einmal. Nochmal x5 am Multi, okay. Nochmal 100 Tage oben drauf. Nächster Spin. Mitnehmen. Mitnehmen. Nächster Spin. Gönn. Nochmal ein Wild rein. X5 am Multi drin. Komm schon. Respin. Keine Kombis, keine gute Connections. Nochmal 32. Und das war's. 1570 Tage hier mitgenommen. Geil. Geil. Was ein Win. Kranker Win hier. Kranker Win bei Riders of the Storm. Der hat mal ordentlich gegönnt. War auch an der Zeit. Auf jeden Fall. Du soll. Sauber. Feuer.